Die Arbeit mit Kindern macht wahnsinnig großen Spaß. Ich arbeite inzwischen seit 20 Jahren bei der Volkssolidarität, weil ich hier gut angekommen bin. Teamarbeit ist hier möglich, auch bereichsübergreifend. Jeder wertschätzt jeden. Unser Haus, denke ich, ist schon zu empfehlen. Manchmal packen dich das. Ich bin seit einem Jahr und einem Monat in dieser Kita. Als ich das Bild und auch die Leitung gesehen habe, habe ich ein gutes Gefühl gehabt und fand, da möchte ich mich auf jeden Fall bewerben. Als ich dann meinen ersten Tag hier hatte, war das sehr schön, wie ich bin reingekommen. Die Kinder waren sehr offen, die Kollegen kamen sehr freundlich schon rüber. Unsere Verwaltung, die als Unterstützung auch für uns als hier ist, die können wir auch persönlich alle anschreiben. Auch jetzt so von Leitungsebene, das ist heute schon geguckt, im Sinne von dem Solidarischen, dass man aufeinander achtgibt, dass man sich gegenseitig schätzt, man zufrieden ist und man sich hier auch gehört fühlt und ernst genommen fühlt. Mir gefällt besonders gut, dass wir so eine Möglichkeit haben wie diesen Sportraum hier oben. Wir haben einen schönen großen Garten. Es gibt Weihnachtsgeld bei uns. Zur Weihnachtszeit haben wir jetzt auch ganz viele Ausflüge. Dann gibt es dann Weihnachtsbacken und Basteln. Und ja, da wird schon für sehr viel gesorgt, muss ich sagen. Und auch zum Sommerfest haben wir immer ein schönes Programm. Wir fühlen dich, weil der Vorzieher rät. Es macht mir sehr viel Spaß auch zu sehen, wie Kinder sich dann an bestimmte Sachen rantasten, erleben, kennenlernen und dann auch wirklich lieben lernen. Ich mag zum Beispiel gerne Bewegungsspiele spielen. Wenn man irgendwie einen Wunsch hat, mit den Kindern bestimmte Angebote zu machen, dann redet man mit der Leitung oder den Kollegen und dann findet sich da immer der Raum. Mir macht die Arbeit wahnsinnig viel Freude. Die Kinder mögen einen, mit den Eltern ist man vertraut. Ich freue mich auch jeden Tag und kann es einfach nur jedem empfehlen. Es gibt ja auch viele Kitas von Erfolgssolidarität. Such dir da das Beste raus. Kommt her, macht euch selbst ein Bild davon. Wir sind ein nettes Team und hier kann man mit uns viel Spaß haben.